Meditation und Medizin hat denselben Wortstamm und das hat gute Gründe. Nur wer wirklich auf eine Reise geht, sich selbst kennenzulernen, kann langfristig tief glücklich sein mit sich. Nur wer lernt, die Gegenwart tatsächlich wahrzunehmen, die Atmosphäre um sich und in sich, kann auch wirklich tief lieben. Wir leben in unserer Gesellschaft so sehr im Außen, machen uns abhängig von tausend Dingen im Außen. Aussehen, Statussymbole, Leistung. Aber was ist hier drin? Was ist mit dem tieferen Seelenleben? Die einfachste Art Meditation zu erklären, wäre Hinwendung zur eigenen Mitte. Meditation bringt uns Ruhe, ein besseres Körpergefühl, mehr Endorphine, einen ausgeglicheneren Geist. Und das ist ein guter Gegenpol einfach zu den Herausforderungen und dem ganzen Stress da draußen. Wenn wir über was lachen können, dann sind wir schon mal ein bisschen lockerer und wenn wir lockerer mit was umgehen, finden wir leichter Lösungen. Das heißt, sich zu erinnern daran, dass es Situationen gibt, die sicherlich schmerzhaft, ernst, schwierig sind. Und das aus einer anderen Perspektive, wie wir es ja auch aus einem Film kennen zum Beispiel, aus einer ganz anderen Perspektive, dasselbe komisch sein kann oder humorig. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Nichts ist nur ernst, nichts ist nur lustig. Es kommt auf die Perspektive an. Und wenn wir flexibler werden in unseren Perspektiven, dient das der Bewusstseinserweiterung und wir können leichter Lösungen finden. Das Schöne an der Meditation ist ja, dass sie sich ausdehnt im Leben. Je häufiger wir meditieren, desto leichter fällt es uns, tatsächlich in diesen Entspannungszustand auch hineinzukommen im Alltag. Und wenn wir kleine Entspannungsinseln bauen, sei es jetzt auch nur eine Minute oder sei es nur zehn Sekunden, dann bringt es immer wieder etwas, wo wir uns an uns selbst erinnern und dann dehnt sich dieses Feld auch aus. Manchmal brauche ich etwas für mein Herz, um das zu heilen. Manchmal brauche ich einfach etwas, was den Geist beruhigt. Und ich weiß einfach nur, wenn ich meditiere, wenn ich etwas für meine innere Ausgeglichenheit tue, geht es mir so viel besser in allen möglichen Lebenssituationen, sodass ich Meditation einfach gar nicht mehr mir wegdenken kann. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Ich begrüße Sie dievemtheiken.